Ist das... Hä? Ist das ein anderer? Ja, 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 ja. Oh, 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 ein Guild Lobby. I want to break free! I want to break free! Ich weiß, dass es mindestens drei Menschen gibt, jetzt keine konkreten, sondern einfach so als Zahl, den ich erzählen werde. Ich habe mal live im Internet gescreened und dann hat jemand aus Texas zugeguckt und wir haben uns mit dem unterhalten über das Internet. Das ist eine erzählenswerte Geschichte. Ja, ich auch. Aber heißt das, du musst, wenn du diesen Staubsauger hast, wieder diese ganzen... Nein! Nein! Ich kann! Und dann finde ich da Rupees. Wirklich? Aber vermutlich! Oh nein! Oh nein! Oh nein, hier ist schon wieder so ein Blobs. Ich kann ja auf die andere Seite gehen, wo du... Ja, das Internet ist wirklich geil. Da haben wir vorhin auch... Das hast du auch verpasst, Mr. Kadav, hier, wie wir an Angela Merkel herausgefunden haben, dass sie die glückste Frau der Welt ist. We are a German stream, so we have to talk about Angela Merkel. All the time! All the time! Because a government dictates us to do so. Was ist mit dir los? Wieso rollst du hier wie so ein Irrer? Krass, du hast ihn mitten ins Gesicht gestochen. Hey, das ist jetzt AKK. Ah, ja. Wir finden gut, das ist live. Die Abkürzung gut. Ach, ja klar. Wir finden gut. Ja, von Annegret Kramp-Karrenbauer. So IG, wenn du das letzte Mal in Deutschland hören willst, wenn wir die nächsten Wähler haben, unser neue Chancel wird Annegret Kramp-Karrenbauer. Learn that name. Learn that. This is the most important German word. AKK. A-K-K. Annegret Kramp-Karrenbauer. It's the most German sound you will ever hear in your life. German is such a beautiful language. Annegret Kramp-Karrenbauer. I can already hear the Nazi jokes. Say it three times. Oh God, to hell. So. Ich weiß es jetzt schon, es wird mich so ankacken, wenn ich dieses als Video sehe, wie häufig ich zur Kamera runtergucke, weil da auch der Chat ist. und dann bin ich plötzlich ganz hell und groß im Bild. Verdecklich und... und man sieht halt, dass sind echt ungefähr die Aufmerksamkeit und keine Fifty-Fifty-Teile zwischen dem, was du machst und was das was. Aha. Ich jetzt quasi auch. Ja. 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 Sehr gut. Wir sind jetzt bei Toy Story. Ich habe in dieser Kiste fünf Rupees gefunden. Warum spart sich Zelda nicht diese Art von Belohnung? Was haben wir das? Eine gute Art von Belohnung. My fiance's grandmother was born in Belgium. Okay. So. Belgium is also a country. Und die flag ist ziemlich familiar. Aber wenn du aus den USA bist, Europa ist kleiner als die ganze USA. also wir sind alle zusammen. Ein Freund von mir ging zum USA für ein Jahr. Und es gab einen Mann in der Hochschule, der fragte ihn, welcher Part der Russland ist Deutschland? Oh nein. Nein, nein. Ich habe nicht von mir telefoniert. Nein, nein. Nein, nein. Never mind. But as you can see, we are playing this game in English because we want to better ourselves. And learn. And, uh, yes. All of... What did I do now? Was that right? He just wanted to share. Or maybe she. I don't know. Yeah, it's okay. It's fine. We didn't want to criticize. We just thought... We have some funny dudes. We are very sorry for that. Please ask Mengrabat. He's one of our biggest... No, 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 no! Don't roll! Don't roll! Don't roll! Die! So close. You have to bow it. Yes, I know. Bow it in the face. Bow it in the face. Bow it in the face. Oh no! That was fucker. I'm going on a trip. Oh boy. I've got a deal of trouble. I know. Oh, oh yeah. Oh, we thought it was for us. Why are you guys penguins with guns? Oh no. Oh man. Yeah, I can't wait. Oh no more. Oh, yes. Ja, ich glaube ich bin da nicht ganz schlecht. 100 Pro nicht alle, aber so ein paar kriege ich auf jeden Fall hin und dann kann man sich noch wieder erschließen. Ich bin der Falscheste der für Miami. We are like Stefan Raab or Conor O'Brien. Ich brauche so einen Typen. Woher kommt der Typ? Da unten, der da. Einer von denen. Hä? Moment, wo ist denn der Boden? Da, warte mal. Hat da grad was geblinkt? Wenn du rüber guckst, kannst du mal rüber gucken. Da, da, da. Das ist es, was da leuchtet. Wie krieg ich das hier rüber? Ein Bidl? Ja, oder du musst das mitnehmen und dann immer wegwerfen. Und hochwerfen. Weiß nicht mal. Geh weg. Geil. Way better than Raab. Der Laufteil auf Stefan Raab in Conor O'Brien. Guck mal, wie ich den platziert habe. Geil. Sehr gut gemacht. So. Okay, das ist jetzt erst der zweite von dreien. Nein, ich hab schon einen, so, on the fly. Einfach weggestopft. Sparda, ba-bam. Ich hab ein Füllhorn. Ein Wikingerhorn. Sturdy Animal Bone. Okay. Das ist unser erstes Füllhorn. Wir haben schon ein anderes, aber zwei andere. Aber das ist erst in dieser Art. Reicht das jetzt? Frame? Ja. Jetzt reicht das. Drei Scheiben, drei Dinger. Okay, aber wir wissen immer noch nicht. Master! Pelebu! All three remote power nodes have been activated. Please make your way to the power generator in front of Lanayaru Mining Facility. Und kick it! Und dann nimm noch diese fünf Rubine mit auf dem Bidl. Du brauchst sie. Äh, bleiben wir eigentlich heute Abend allein, ne? Das weiß ich noch nicht. Das war schon. Aber ich weiß es nicht. Das wäre ja eine Seltenheit. Allerdings. Und keine anderen Menschen sind die quere Kerne. Ich hab ne Sprachnachricht. Das könnte bedeuten, dass ich schon weiß, wie es ausgeht. Aber wenn es keine Sprachnachricht wäre, sondern eine echte Nachricht, dann wüsste ich es jetzt schon. Ich brauch gleich mal ne Pause. Willst du vielleicht mal spielen? Auf gar keinen Fall. Dann müssen wir was anderes spielen. Ist okay. Aber bis ich jetzt da drin bin, das würde alles so ausbremsen und das würde meine Laune schlecht machen. Und, äh... Ich glaub ich hab noch mal Zeit. Was ist mit den Typen los? Es ist anderthalb Stunden Skyward Sword gespielt. Wobei wir noch nicht mal den Dungeon gesehen haben. Und jetzt geht's zum Dungeon direkt, oder? Ja, wir haben die ganze Vorarbeit vom Dungeon geleistet. Und haben dafür wirklich... Das war in einem der anstrengendsten Gebiete, die es überhaupt gibt. Da ist das Ding. Da ist das Ding. Da! Da! Ich komm vorbei, gib mir vier Stunden, Brüder. Wer sagt das? Äh, Maimi. Alles klar. Und dann? Achso, weil wir... Damit wir nicht alleine bleiben müssen. Genau. Aber wer wollte noch gerade alleine sein? Aber Maimi kann auch vorbeikommen. Vier Stunden? Nie, es ist ein Homie. Aber in vier Stunden... Das ist alles. Ziehst du denn in eine andere Stadt, oder nur in eine andere Wohnung? Auch das ist eine gute Frage. Mr. Kadriki hat vorgestern geträumt, dass er spontan zu uns fährt. Und wir waren nicht da, und dann mussten wir spontan zurückfahren. Ja, wir hätten das heute mit Imo-Superman. Aber gut, dafür können wir weiter mit uns spielen. Ist auch gut. Ja. So. Rein da! Ich muss sehen, was da passiert ist. Ich brauche ja erstmal die Lösung des Rätsels. Ach ja. To setting the dials will not be enough. Und jetzt? Tja. 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 wie würde ich da übertreppen ganz unten links ja das ist doch zuerst dann noch weiter einstoßen wieder einstoßen und dann mit einstoß dann ist es vielleicht doch der tropfen und es geht nur wenn du auf dem richtigen bist ist das möglich der tropfen ist doch hier schräg hinter mir aber schräg rechts hinter dir waren die ganze Zeit auf den Blitz und jetzt versuch mal den Knoppen den tropfen, den tropfen, den tropfen, ganz nach rechts das habe ich eben schon gemacht das war das was ich als erstes gemacht habe das kann ich nur noch die Flamme probieren die ist da aber das macht ja gar keinen Sinn dass ich da mal als erstes ist der Blitz ist ganz oben auf 12 mach bitte noch mal die Karte auf ach so was ist nicht von mir ausgesehen ich habe das auch gedacht dass man gucken muss wo Link hinguckt das wäre ja mal ein bisschen aufregend gewesen aber so ist es ja scheiße gut ich dachte schon du hättest mich gehatet nein ich habe mich nicht gehatet ich bin genau auf deiner Spur nach links jetzt für den Kack tropfen ich hasse das nicht das Spiel verkauft einen permanent für bescheuert aber ich bitte dich kannst du mich mal bitte kurz unterstützen aber er ist halt ja ich kann mich ein wenigstens das ist ja du hast recht okay jetzt bin ich wieder ruhig ich bin wieder ruhig Punk Pushing They think too much For each other to men for each other to men is a kinderspiel for each other to men for each other to men I'm completely different Ich denke, du hast die Cymbals gesehen, wie sie auf der Seite stehen, das ist wahr, aber wir dachten, dass du das wie Link sieht. Oder wie das Ding ist. Das Ding ist nicht nach dem Norden, sondern nach irgendwoher. Wir waren zu intelligent für das Ding. Nein, es ist unglaublich, dass du das besser in Englisch kannst, als ich es in Deutschland gemacht habe. Und ich spreche sehr gut Deutsch. Welch? 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 Du könntest sein, der schweilige Typ in einer Indiana Jones-Movie. Das kann man in der Brine, pardon mich. Ich muss erst nach hinten schauen. Ja, du bist korrekt. Du weißt, was wir dachten? Wir dachten, dass das nicht so ist. Aber das Ding sieht das so. Du hast es gerade erklärt. Du hast es einfach erklärt. Ja, aber ich wollte es wieder auf der Seite zeigen, weil ich nicht... ... die Leute zu denken, wie wir... Ja, es zieht mich auch. 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 Es zieht mich auch. Ja, das ist ein Dungeon! Das ist die Dungeon-Animation. Er ist sehr ernsthaft mit dabei. Ja, nach dem was er jetzt hinter sich hat, kann ich es auch gut verstehen. Der ist im Stink-Effekt. Das alles so mühsam war, da hinzukommen. Jetzt in UDS noch das Bild. Entsprechend drehen. Im Engrabalt. Beats mich auf. Er hat es nämlich verstanden. Ja, Light Confusion. Oh, die Musik ist gut. Hier, Mr. Musik-Friend of Skyward Sword. Das ist ein tolles Beispiel für gute Musik in Skyward Sword. Es ist unglaublich. Und jetzt ist es der Ende? Oder? Ich weiß nicht. Die Dungeons sind die beste Sache in dem Spiel. Vielleicht habe ich es geschafft. Du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Du kannst es machen. Aber dann muss ich auf die Tausend. Oh, oh, was bist du? Waaah! Ähm. Aber wir brauchen noch Suggestions, was zu spielen. Jetzt ist ja Mr. Kadhafi dabei. Weiterhin Mr. Kadhafi. Du hast vorhin dich dabei. Wir haben weiterhin zur Verfügung. Zombie U. Lone Survivor. Conquers Bad for Day. Bully die Ehrenrunde. Und nichts. Nichts. Ein neues Spiel. Ähm. Dazu sei gesagt, dass... Menge Arbeit hat sich schon gewünscht hätte für mich. Bulli. Nein, das nicht. Nein, das nicht. No Survivor. Es hat nichts mit Indianern zu tun. Ähm. Dass wir das nicht spielen. Allein ist nicht. Ja, aber irgendjemand hat sich doch auch Bulli schon nicht gewöhnt. Bulli ist abgebrochen. Es bleibt nur noch Zombie U und Conquers Bad Today und ein neues Spiel. Wie immer Pinke. Pong is taking a leak. Like a Lulu. Like a Lulu. He leaks like a Lulu. That's how we roll. Here is the closed door. Da hinten sind zwei lustige... Oh, ich brauch schon wieder den fucking Beetle. Mal mit. Cloud. Ok. Mal mit. So. No. Hör. Wie. Wie. Es hat sich, wie zu sehen. Oder. er kommt da hin laufen 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 du schaffst das Link wo ist denn andere Hebel noch da let's find out Hollywood stars and celebrities do they know things what do they know do they know things let's find out hat hier jemand Bojack Horseman geguckt anybody kommt aber aus Texas Deutschland oder Belgien kommen was mache ich hier ich mache irgendwas falsch cool die Herzen sind so leicht dass sie auf dem Land liegen bleiben das ist kein Film das ist ein ähm eine Serie weißt du wie Miami's Klo aussieht guck du Handy mag deine Meinung ich weiß nicht mal wo mein Handy ist wo ıyor und von oben was hat mir der was habe ich jetzt da der der Hebel gebracht ich habe nicht aufgepasst Untertitelung. BR 2018